Willkommen zurück zu Let's Play DBD Doch, DBD Ihr seht schon, ich habe es getan Ich habe Ghostface gekauft Und noch einen Aber da werde ich jetzt nicht sagen, wenn ich noch gekauft habe Und ich muss auch dazu sagen, ich habe mit beiden schon gespielt Also ich habe zwei gekauft Und mit Ghostface schon gespielt und mit dem anderen auch Und ich muss bei Ghostface auf jeden Fall sagen Ich checke es nicht ganz Ich bin mit dem anderen komplett voll besser Also ich checke es mit Ghostface nicht genau Ich weiß, man kann stalken, so wie Michael Myers Aber Es ist ganz komisch Es ist komisch Also man muss so eher auf Stealth-mäßig gehen, verstehe ich schon Aber direkt Ich war in dem Stalker-Modus glaube ich eh schon Nur halt dann bewege ich mich halt ewig langsam Das heißt, ich denke mal, ich muss Unsichtbar nicht, aber So mich eher versteckt halten Und dann die ganze Dude-Stalken Weil bei einem war ich schon so viel Bei der Anzeige so Und ich denke, wenn ich einen komplett gestalkt habe Dann ist irgendwas ganz geiles So wie bei Michael Myers halt Weil Hier ist es ja bei Ghostface umgekehrt Habe ich das richtig verstanden? Hier muss man Ghostface anschauen Damit man das irgendwie so, weiß ich nicht Wenn er ihn aufdeckt oder weiß der geil was Und bei Michael Myers ist es so, man muss sich verstecken Dass er ja nicht stalken kann Weil wenn Michael Myers einen stalkt, dann ist er komplett Untouchable Dann scheiße auf alles Dann ist er im Rage-Modus alles mögliche Und bei Ghostface ist es halt ungekehrt Da muss man ihn angucken und ihn Auflösen oder entdecken Oder weiß der geil wie man das nennen soll Aber okay, mal gucken Was haben wir in den MIP? Ne Okay Achst du gerne mal die Dinge Wenn man vom Teufel redet Weil die Dinge fliegen Wollte ich nur mal sagen Okay, cool So, genau Der Tarn-Modus Der Tarn-Modus muss ich anscheinend gehen Dass ich irgendwann stalken kann So wie ich das verstanden habe Aber Wenn das so einfach wäre, wa? Und ich habe irgendein Pro Ich habe Ghostface noch nicht wirklich aufgepowert Ich habe meinen anderen Dude aufgepowert Mal gucken, hier wird schon gearbeitet oder was? Da oben Ähm, ja Ich muss auch dazu sagen Mein erstes Spiel heute Erste Runde Erstes Ich habe dich gesehen Ich habe einen Perk Anscheinend Moin Ich habe ihn noch mal gehört Ah, irgendwo ist noch wer Keine Ahnung So, komm her Galäger Galäger Du fette Sau Jawoll So muss das laufen So Ähm Erstmal schauen, wo hier ein Haken wäre Wie? Da Haben wir ihn gesehen? Häuser Ja komm her, du brauchst gar nicht verstecken Das klappt nicht So Wenn jetzt immer mit dem Haarschlampe mir auf den Nerv geht Ich schwöre es euch Ich bringe euch um Okay, ich bringe euch alle um Aber Was ich hoffe es Aber Fack mich nicht ab Schlampe So Da drüben ging irgendwie die Palle ein bisschen ab Hab ich Habe dich gesehen Habe dich gesehen Plotettchen Sehr klug Mega klug gemacht Witte Logik Ja dann halt du Ist mir auch egal Schlampe 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 Ein bisschen dämlich war das schon Ja komm her Dann wirst du mich weglocken Du Analrate, du Oh mein Gott, nice Okay 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 Ich habe hier keinen Haken Marsch der Welt Da Jetzt habt ihr ihn nicht so So Zweite mal hängt der Typ schon Finde ich gut Den Ratus noch keiner gemacht Finde ich doppelt gut Heul Okay Läuft Weil dich nicht ganz verstehe Aber läuft Passt So okay Jetzt geh ich Aha Find ich jetzt nicht so geil So lass mich Hä? Logik? Der hat eine geile Logik der Typ So Muss dich nicht verstehen Aber ist mir nur recht So Wagt es mir irgendeinen Haken zu sabotieren Wagt es Ich sag's euch wie es ist Am besten Oh der ist Der ist schon rot? Oha nice Ähm Am besten Ich geh den Denk Ich geh hier rein Warte aber nicht der Fall ist anscheinend Schade Okay Einer weniger Und kein Generator noch gemacht Fühlt dich richtig nass Seit dem Kerl wird sicher einer machen Weil dort steht mich echt nicht zum Hingurfen Das ist alles unberührt Versteh ich nicht ganz aber passt Der hoch Hier wurde was gemacht Ich weiß nicht was Habt ihr einen Generator verkackt? Ne hier ist kein Generator oben Doch Die sind halt alles so scheiße Zum Glück Ich komm wieder hoch Oh hi Jawoll Gerade so ey Huh Ja ja ich hab's mir gedacht Moin Moin Huuu Fuck yeah Fuck yeah Fuck yeah Komm her Komm her Komm her Du nicht so jetzt hier Komm Ich war in der ersten Runde mit Ghost Fills War ich nicht so gut wie jetzt Das Wunderbisch ein bisschen Vielleicht habt ihr mich so Es ist doch gleich vorbei Also ich glaub nicht Du bist noch nicht gehängt Aber Du weißt was ich mein Komm Ja Ist okay So Da oben habt ihr was gemacht Da oben wird noch immer was gemacht Anscheinend Anscheinend Oder? Hallo? Na Da wird auch nichts mehr gemacht Also wenn ich irgendeinen Aufhänger Aufgehängt habe Dann krieg ich irgendwie was mit Wenn hier irgendwo wer ist Oder irgendwie Irgendwie so war das Irgendwie so war ein komischer Perk Beste Geier So wo hat hier jemand was gemacht Finde ich nicht so geil Da ist doch wer gelaufen Hallo Wo sind wir denn? Das war eine fucking Rabe Du Schwein Na klar Das war nicht das Problem Du kommst nicht weit Du kommst nicht weit Ich hab dich schon gesehen Blut 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 Ich hab gesagt du kommst nicht weit Na komm Ghosty Wuff 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 your fat sorry ass Oh mein Gott Huhuhuhu Ich hab dich gesehen Die ist voll fit aber noch Scheiß drauf Okay warte mal Einmal Zack die Bohne Knack die Nuss Du Tansan Wuff So Äh Haken Shit Ja die kommt frei Ich glaub wir hier ein Haken sein So in der Nähe der hat Ja das war klar Du wachst es Du wachst es Du wachst es Ey Nicht reng Ich sehs nicht Ghost Du musst schon irgendwie Ich sehs nicht Mein Gott Fuck mir nicht ab Leute Wo ist die? Ich hör sie Ja hi Hi Ich krieg dich Ich krieg dich Und das letztes was ich tu Move jetzt Ghost Move jetzt Ghost Move jetzt Ghost Ah da Scheiße So Ist hier irgendwo ein Haken Geil Ich seh da gar nichts Da hinten ist glaube ich einer da Ja Ja Ich baue nicht wirklich viele Haken Komm mir vor Also wenn ich Kieler spiele Dann vermisse ich immer die Haken Weißt du Geil Zweite Mal schon Finde ich nice Die Runde läuft gar nicht so scheiße Das ist ein bisschen besser Als die erste Runde Was ich mit ihm gespielt habe Hier hat jemand verkackt Hier hat jemand verkackt So ich Kommt mir schon wenn man Das kann ja nur zwei Leute retten Also so ist es nicht Der ist schon fast fertig Finde ich nicht so geil Nice Das war eigentlich gar nicht so geplant Aber nice Alter jetzt hab dich nicht so Jetzt komm mit Jetzt Boah die nervt Boah die nervt Nice Auch noch nicht gehangen Ich wäre wahnsinnig Okay die eine ist gerettet Das ist nicht so das Problem Der Chen fack mich ein bisschen ab Das war da hinten Mal gucken ob die jetzt hinten den Chen machen Oder ob die sich heilen oder was Ja 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 ne heilen 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 sind schon alle Das ging schon Der Chen ist sowieso viel nix Wenn dann oben maybe Da Da unten würde es nicht so Dass hier keiner ist Vielleicht checkt es keiner Der ist auch gar nix Den muss ich aufpassen Wer tut die jetzt wer Ja Das hab ich mir gedacht Moin Das bin so doof Nice So äh Die ist da rum Hi Fuck Ja Oh Dumm Dumm oder weißt du gar was die vorhatte So der Haken ist in Ordnung glaub ich Sie ist noch nicht tot aber Leider 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 So gleich mal den einen äh Chen mal schauen Wie es mit dem ausschaut Ist der wieder schon wieder gemacht? Der wird schon wieder gemacht Ich weiß nicht Du kleines Arschloch Das war auch klar Etwa zu erwarten Da war der Haken Ich höre jemanden Hei Okay Ich weiß dass du tot bist Die verkacken nicht Die verkacken die ganze Zeit Oder was machen die ganzen Dudes Ich checke es nicht Ah, er ist aber kaum. Jetzt zieh dich nicht so. Es ist doch gleich vorbei. Jawohl. Zweiter Tod. I can't believe it. So, irgendjemand ist komplett fit noch. Und die eine, die Claudette, glaube ich, wenn sie dort ist, die ist auch noch angeschlagen. Die, glaube ich, die ist auch tot. Okay, sie ist nicht mehr angeschlagen. Gut, hat sie erledigt. Sind die echt in der Schule? Hier ist nichts. Ja, entweder hier. Ja, okay, viele Möglichkeiten. Die haben schon noch viele Möglichkeiten. Die haben ja auch so gar nichts gemacht. Moin! Bist du blind? Bist du eigentlich komplett blind? Ich habe dich schon von weiter gesehen. So ist es nicht. Du Schlampe! Komm, Ghost. Move! Move, you fat, sorry ass. Moin! Scheiße! Wie ich sie gehört habe. Fuck yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Oh mein Gott, kriege ich alle? Ich kriege alle. Ach, das schief schon. No, ne. Eh! Jetzt zieh dich nicht so! Okay, einer wurde noch gemacht. Alter! Ist ja mal gut jetzt. So, tschüss. Nice! So, Luke. Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Die Killerhütte, keine Ahnung, ob sie irgendwo eine Equip. Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der Straße, maybe. Irgendwo, oder. Alter, nice one. Aber drei gekillt. Ich bin damit zufrieden. Ich bin komplett zufrieden. Hätte ich nicht gedacht. So, ja, hau ab. Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Vielleicht hier irgendwo. Ich höre auch gar nichts noch. Aber auch geil, dass ich mein Tar-Modus gar nicht gebraucht habe. Also so null. Nicht einmal. Aber dann macht er die Chance. Der Wahnsinniger. Ich such die Luke. So ist es nicht. Aber ich finde sie halt auch nicht. Vielleicht doof wie er, wenn er den Luke sucht. Soll ich hier was nehmen? Ne. Sollen die scheiße sein? Alter, hau halt ab dann, wenn du sie findest. Ist mir egal. Kann ich das Ding auch schon aufmachen? Den kann ich doch nicht. Ja, wie gesagt. Ist mir relativ egal, wenn er abhaut. Weil ich finde die Kacke nicht. Was ist denn die Schule? Ne, ist hier eine Schule? Na, da oben muss ich sicher keine sein. Digi, I don't know. Jetzt verpiss dich dann. Oh, hier ist er auch. Safe. Ich will da mal sagen. Tschüss. Bam. Als ob ich die Folge gefunden habe. Ist er. What's going on? Okay, die sind aber nahe bei uns. Habe ich ihn? Hi. Oh mein Gott, ich hab dich. I can't believe it. Ich kink's wieder, Alter. Ist okay, ich spiel das mit dir. Ich bin richtig fies. Ich spiel richtig fies. Ich bin so ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. Ich spiel kein Arschloch. Verdammt. Ich wollte sie noch killen. Ich wollte sie echt noch killen. Ah, ich bin scheiße. Ne, ist okay. Ah, ich bin so ein Arschloch. Ich wollte so ein Arschloch sein. Sag mal so. Ich wollte nicht an dem schlagen, ist verflucht. Egal. Alter, drei gekillt und theoretisch, ich hab theoretisch alle gekillt. Obwohl die Ränge. Holy moly maccaroli. Nicer Scheiß. Und alle auf dem PC oder auf der Xbox. Nicht schlecht. Weil ich weiß, man kann auf dem PC anscheinend wirklich viel besser auswählen als altmögliche. Hätte ich nicht gedacht, sie sind da auf die Reiche. Hätte ich nicht gedacht. Echt. Echt, ich bin Stufe 1 mit dem Kollegen. Gebt euch den Perk. Was habe ich überhaupt hier? 60 Sekunden irgendwas. Die Aura, alles überlebt und innerhalb von... Aura, weißt du, die Aura ist jeden Überlebenden, die innerhalb eines... Ah, das ist ein 8-10-Männer. Übereilte Aktion ausführt. Ach so, weil die übereilt waren. Weil da zu schnell war, obwohl sich gar nichts gebracht hat für die. Ah, verstehe. Glaube ich verstehe. Diggi, aber nice a-runde. So, jetzt mal gucken, wahrscheinlich jetzt umgekehrt. Wo ich mit dem Typen, was ich gestern richtig geil war, bin ich jetzt beschissen. Oder so, I don't know. Okay, dann würde ich sagen, das war's von dem Video. Und wir hören uns dann beim nächsten Video. Mit dem nächsten Killer. Mal gucken, was da wird. Bis dann. Ciao.